Wusstest du, dass Golf mehr ist als nur ein Spiel? Natürlich, es geht um Präzision, Technik und Konzentration. Aber was ist das eigentliche, das wichtigste Ziel im Golf? Gewinnen? Ich glaube nicht. Das wichtigste Ziel ist, Spaß zu haben. Das mag banal klingen, aber es könnte genau der Schlüssel zu deinem Erfolg auf dem Platz sein. Bevor wir in das heutige Thema tiefer einsteigen, folgender Hinweis für dich. Stell dir vor, du stehst in Kärnten, am wunderschönen Milchstättersee. Der Morgennebel schwebt über dem Wasser und du bereitest dich auf eine unvergessliche Golfwoche vor. Vom 30. September bis 6. Oktober 2024 vereinen wir die Kollers Golf Trophy mit unserer exklusiven Golf-Mentalwoche. Eine einmalige Chance, dein Golfspiel auf das nächste Level zu heben. In vier intensiven Mentaleinheiten lernst du, deinen Geist zu fokussieren und deine Leistung zu maximieren. Danach setzt du dein neues Wissen direkt auf vier der schönsten und besten Golfplätze der Region um. Und das Beste? Du trittst beim großen Kollers Golf Trophy Turnier an, dem Höhepunkt dieser Woche. Den gründeten Abschluss bilden ein Galadiné und eine malerische Schifffahrt auf dem Milchstättersee. Das ist mehr als nur ein Golfurlaub. Das ist eine Erfahrung, die dein Spiel und dein Leben bereichern wird. Sichere dir deinen Platz und sei dabei. Alle weiteren Details findest du unter dem hier eingeblendeten Link. Und jetzt zu unserem heutigen Thema. Es ist bezeichnend, dass viele Golfer das Ziel, Spaß und Freude während der Runde zu erleben, oft aus den Augen verlieren. Viel zu oft sehe ich, wie die Körpersprache vieler Spieler genau diese Freude und den Spaß am Spiel vermissen lässt. Anstatt das Spiel zu genießen, fokussieren sich viele ausschließlich auf das nächste Handicap, den perfekten Schwung oder den neuesten Golftipp. Dabei vergessen wir oft, warum wir überhaupt auf den Platz gehen. Lass mich dir eine Geschichte erzählen, die perfekt zeigt, wie wichtig der Spaß am Spiel ist. Gary Player, eine Golflegende, war bekannt für seine intensive Trainingsroutine und seinen unerbittlichen Ehrgeiz. Doch als er gefragt wurde, was das Geheimnis seines Erfolges sei, sagte er etwas Unerwartetes. Es ist die Freude am Spiel. Er erzählte, dass er am Anfang seiner Karriere so sehr auf den Erfolg fixiert war, dass er den Spaß am Golfen verlor. Erst als er sich wieder darauf konzentrierte, das Spiel zu genießen, das Lachen mit Freunden auf dem Platz, die Freude über jeden Schlag, egal ob gut oder schlecht, kam der Erfolg zurück. Und nicht nur das, er spielte entspannter und gewann mehr Turniere als je zuvor. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien, die belegen, dass der Spaß am Spiel nicht nur deine mentale Gesundheit fördert, sondern auch deine Leistung erheblich verbessern kann. Der sogenannte Flow-Zustand, den viele Sportpsychologen beschreiben, tritt häufig dann ein, wenn wir uns vollständig im Moment verlieren und das tun, was uns Freude bereitet. Dies gilt besonders für Golf. Der Flow-Zustand ist ein mentaler Zustand, in dem du vollständig in eine Aktivität vertieft bist. Er ist charakterisiert durch ein Gefühl der Leichtigkeit und des völligen Aufgehens im Moment. Studien zeigen, dass Athleten, die diesen Zustand erreichen, nicht nur glücklicher, sondern auch erfolgreicher sind. Beim Golfen führt dieser Zustand zu einem entspannteren und natürlicheren Spiel, weil dein Körper die Bewegungen, die du geübt hast, automatisch und ohne übermäßiges Nachdenken ausführt. Golf ist ein Spiel und Spiele sind dazu da, gespielt zu werden. Das bedeutet, dass das eigentliche Ziel jedes Spiels darin besteht, Freude daran zu haben und es zu genießen. Lass mich dir drei konkrete Schritte geben, um mehr Freude am Spiel zu haben. Erstens. Setze dir realistische Erwartungen. Verabschiede dich von der Vorstellung, dass du jedes Mal dein bestes Spiel abliefern musst. Akzeptiere, dass es Höhen und Tiefen gibt und konzentriere dich darauf, den Moment zu genießen, unabhängig vom Ergebnis. Zweitens. Erinnere dich an den Grund, warum du Golf spielst. Reflektiere über den Grund und warum du überhaupt angefangen hast. War es die Herausforderung, die frische Luft, die Bewegung oder das Zusammensein mit Freunden? Bringe diese Motivation wieder in den Vordergrund. Und drittens. Lache öfter auch über dich selbst. Wenn dir ein Schlag nicht gelingt, sei es ein dünner, ein fetter oder ein komplett verfehlter Ball, setze ein Lächeln auf. Damit sendest du deinem Gehirn eine ganz andere Botschaft. Die Fähigkeit, über Situationen zu lachen, die nicht nach Plan verlaufen, stärkt deine Widerstandskraft und dein Selbstbewusstsein. Denn du weißt, schon der nächste Schlag kann wieder wunderbar sein. Denke daran, Spaß und Freude am Spiel zu haben, ist nicht nur ein Nebenprodukt des Erfolgs, es ist oft der Schlüssel dazu. Beim nächsten Mal, wenn du auf den Platz gehst, erinnere dich daran, warum du dieses Spiel überhaupt angefangen hast. Lache, wenn etwas schief geht. Genieße die Gesellschaft, in der du bist und feiere jede kleine Verbesserung. Der wahre Gewinn beim Golf ist nicht der niedrigste Score, sondern die Freude am Spiel. Abonniere meinen Kanal, wenn du mehr Tipps zum mentalen Spiel im Golf haben möchtest. Und teile dieses Video mit deinen Golffreunden, die auch manchmal vergessen, warum sie spielen. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, den Spaß zurück auf den Platz zu bringen. Und wie immer an dieser Stelle, in diesem Sinne, noch ein schönes Spiel und ein großartiges Leben. Lass uns developments empfohlen.